frank ja hat auf dem diesjährigen caravansalon 2023 eine premiere veröffentlicht now weltpremiere hier ist geil wir fangen da oben eigentlich an und gehen dann ins deutsch rüber finde ich mega ich habe keine ahnung wofür der qr-code ist aber ich blende ihn euch einfach mal hier so ein dann könnt ihr ihn mal scannen ja wie gesagt der now teilintegriert ihr seht es alleine schon wir haben neue farben so ein orange schwarz das ganze dann auf fiat ich habe schon mal reingeguckt habe mich mal licht drin angemacht und leute ganz ehrlich cool ist mal was anderes gehen wir einfach mal hier rum heckgarage weiß ich jetzt gar nicht ob ich da dran kommen die sogar offen super 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 guckt mal hier hin mach mal auf das ganze ach schön hier oben mit dämpfer damit die tür direkt so alles geht auch direkt an hier hat man die elektrik drunter versteckt und gefilzte rückwand ja da kriegst du auf jeden fall was rein leute ich habe keine daten gerade von dem auto weil hier ist kein schild dazu deswegen vielleicht auf dem qr-code einfach mal zurückspulen scannen schönes heck hier so ein bisschen abgesetzt das ganze oben hat man dann die rückfahrkamera reingemacht der automotive rückleuchtenträger das sieht sehr schick aus wie gesagt er wurde gestern enthüllt und vorgestellt und ich gebe euch mal rein denn wie gesagt es ist komplett neu und ohne flachs hier ist ein raumgefühl drin das ist echt wahnsinn also du hast hier so viel platz und wir haben noch ein hubbett also auch mit dem hubbett hier mit der mit der stehhöhe der hammer die ganzen lampen hier oben drin alles dimmbar ich zeige euch das mal hier hinten allein der bettbereich hinten sieht schon super geil aus hier einfach den schalter gedrückt halten und ihr seht es wird dunkler und so wieder heller das ganze es ist wahnsinnig groß wir haben hier ist es eine ellsitz gruppe nächst keine ellsitz gruppe aber das sieht wirklich schön gemütlich aus ich finde es ist natürlich mutig mit den farben das muss man zugeben wir haben hier ducato 8 klimaautomatik neun gang automatik wir haben großes display mit drin voll digital cockpit da oben ich weiß nicht ob das serie ist oder nicht keine ahnung wie gesagt ich habe da leider keine daten da stehen alpine lautsprecher hier oben noch mal so ein schönes geil ruf auch das und das ist separat steuerbar also diese beiden lampen dann die lampen hier oben in dem hubbett man hat halt keine normalen strahler hier oben mehr drin sondern einfach nur diese indirekte beleuchtung die man dann aber wie gesagt dementsprechend dimmen kann ja die farben ja ist mutig aber das sieht gar nicht so blöd aus muss man ehrlich sagen und das raumgefühl hier drin ist einfach nur der hammer also das habe ich so echt noch nicht erlebt du kannst hier noch mal was ist hier an der verblendung wir machen jetzt hier so experience also einfach mal durchschauen hier das ist ganz lustig das habe ich eben schon gesehen hier hast du so einen schrank aber der schrank ist nicht nur schrank der schrank ist moment so das kann man jetzt hier aufmachen du kannst diesen ganzen würfel den kannst du hier weg ziehen krieg ich jetzt mit einer hand nicht hin du kannst diesen ganzen würfel weg ziehen und kannst den dann woanders auch hinstellen und dann kriegst du auch diese klappe da auf hier unten ist auch nochmal ein fach drin dann bleibt wie gesagt dieser würfel hier stehen und der untere bleibt stehen den oberen kann man wegnehmen also das ist wirklich cool gemacht was haben wir noch was haben wir noch wir schwenken mal hier durch also hier oben das display das habe ich auch mal zeigen das ist wirklich schön von frank hier also das ist richtig schön strukturiert das haben sie toll gemacht kannst halt alles mögliche dir anzeigen lassen das sieht schick aus hier oben dann der fernseher hier oben haben auch noch mal leseleuchten leute fragt mich also touch alles touch hier dann hast du hier auch noch mal leseleuchten die dir nach unten stellen kannst wo leute haut mal in die kommentare was ihr meint also platz und raum angebot finde ich sensationell besteckschub guckt mal jedes fahrzeug kannst du normal nur mit standpersonal benutzen benutzen besuchen deswegen ist hier auch alles so eingeräumt hier ist sogar geschirr drin aber hier hat man natürlich den schönen das schöne beispiel was man halt hier einräumen kann okay das hier ist man kann sich neu erfinden zwei flammenkocher hier nochmal schön haken für zum aufhängen und ja wie gesagt hier oben dann das hutbett natürlich ist das ganze elektrisch ich mache das mal ein stückchen runter und dann könnt ihr hier mal gucken da hast du natürlich auch wahnsinnig viel platz und hier oben auch noch mal dann ein kleines häki verbaut und das das hutbett ist auch wirklich schön leise also das muss man auch sagen weil du hast ja manchmal in manchen fahrzeugen hast du hutbetten da machst du das hutbett nach oben und dann ist der nachbar direkt mit wach dann kann der auch direkt aufstehen und schön diese indirekte beleuchtung hier oben drum geht natürlich zieht sich dann durch das ganze fahrzeug schauen wir weiter badezimmer wir haben so eine schwenkbad variante hier jetzt hast du natürlich eine coole dusche wir haben hier eine lamellenschiebetür auch das ist natürlich praktisch weil dann hast du nicht die türe mitten im raum hier ist noch mal ein vorhang wo du den schlafbereich mit abtrennen kannst zeige ich euch gleich schön gemacht hier so die design elemente mit der beleuchtung von der dusche hier unten noch mal so ein rost wo man sich drauf stellen kann badezimmer hier zurück geschwenkt und ja normale kassettentoilette halt das übliche kennt man hier und ich finde diese rollheitenschränke finde ich toll weil du hast so viel platz du musst halt nicht irgendwie in den raum rein und hier hat man natürlich noch ein bisschen gestaltungsfreiheit ich weiß nicht immer dass ich sie drinnen sinken kriegt die kamera das hin ist es zu duster aber wie gesagt du hast halt hier jede menge platz da dann nochmal die absperrhähne auf der anderen seite gucken hat man dann nochmal dasselbe hat man auch noch mal kisten hier für umbauten vom bett und erweiterung und sowas ja und natürlich einzelbetten längst hier hinten dann die dachschrankklappen macht immer gerade zu damit er das auch mal optisch seht wie das aussieht man hat auf jeden fall genügend stauraum das könnt ihr ja hier sehen hat man auch sogar wäsche reingeräumt ja und hier auch nochmal so einen kleinen schrank und hier oben drüber so ein kurbel häcki also wirklich sehr sehr schön gelungen also sehr sehr schön gemacht das ganze muss man muss man neidlos zugeben hier oben dann auch nochmal stauraum also wie gesagt ja haut man die kommentare was ihr meint kompressor kühlschrank habe ich jetzt gerade noch die schnelle gesehen und hier auch nochmal ach guckt mal wie schön das ist auch mal cool der schrank nicht von der seite da könnte man da sogar noch irgendwie haken für küchenhandtücher hin machen und dann hat man halt hier und zieht das ganze raus hat seine kapsel kaffeemaschine macht das ganze wieder zu alles ordentlich verstaut ich finde auch schön mit den schwarzen wasserhennen das hat sich ja hier auch durchgezogen haben sie ja hier auch gemacht gehabt also wie gesagt schreibt gerne mal in die kommentare was denkt ihr ich finde es schön ist gelungen mutig ist das natürlich mit den farben ich weiß jetzt auch nicht ob es das noch mit anderen farbvarianten dann gibt oder geben wird da lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen und ja wie gesagt alles weitere vielleicht ganz am anfang vom video nochmal den qr-code scannen vielleicht gibt es da dann noch weitere infos schaut mal nach lasst euch überraschen und ja ich laufe mal über die messe und suche die nächsten neuheiten ich hoffe wir sehen uns zunächst macht es gut ciao bis mit Bis zum nächsten Mal.